Weltsystemcrash, der Crash kommt, so lauteten die Buchtitel, zumindest zwei Buchtitel, von Prof. Dr. Max Otte, dem Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung. Und jetzt hat er ein neues Buch geschrieben, das einen ganz anderen Zungenschlag hat. Was es da mit Aufsicht hat, darüber rede ich jetzt mit ihm in diesem Interview. Schönen guten Tag, Herr Prof. Otte. Acker Kerscher. Herr Otte, wenn ich den neuen Buchtitel, er ist ja gerade nicht so übersehen im Bild, Endlich mit Aktien Geld verdienen, mit der Königsanalyse die besten Unternehmen finden. Also wenn ich das so höre, Endlich mit Aktien Geld verdienen, wo ich sage, okay, das haben schon andere gesagt, die besten Unternehmen finden das auch. Aber die Königsanalyse, das ist ja auch etwas, Sie haben es sich als Warenzeichen auch schützen lassen. Was ist denn diese Königsanalyse, was macht sie so besonders? Ich komme da sofort drauf. Also endlich mit Aktien Geld verdienen, wie Sie gesagt haben, haben natürlich andere auch schon gesagt. Aber es bleibt in Deutschland ein wirklich sehr wichtiges Thema und auch ein Thema, das man nicht oft genug wiederholen kann. Ich mache das seit 25 Jahren letztlich und mittlerweile steigt zum Glück die Lust der Deutschen auf die Aktie wieder etwas, weil man eben sieht, dass das liebste Anlageobjekt der Deutschen, die Immobilie, auch so seine Risiken hat. Wir denken an das Heizungsverbot, aber auch das war absehbar. Also von daher ist es immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, Aktien sind seriöse Vermögensanlage. Man kann damit langfristig gut Geld verdienen. Und die Königsanalyse ist eine Methode und die gehe ich ja in dem Buch durch, die Qualität von Aktien für die Langfristanlage herauszufinden. Und das ist ganz wichtig, wenn Sie stressfrei Geld verdienen wollen, dann traden Sie eben nicht so viel, sondern dann investieren Sie in die besten der besten Aktien und lassen dann diese Aktien quasi die Arbeit für sich machen. Also das Management der jeweiligen Unternehmen für Sie arbeiten. Und dazu muss aber die Qualität stimmen. Sprich, die Qualität ist zunächst einmal wichtiger oder die Grundlage, der Preis kommt später. Viele Leute schauen zuerst auf den Preis und vielleicht gar nicht auf die Qualität, aber die Qualität ist mal das A und O und dann schaut man auf den Preis. Wenn ich die Qualität bei Unternehmen herausfinden will, dann muss ich ja quasi in die Zahlenwerke, in die Bilanzen gehen. Auch darum geht es in Ihrem Buch. Ist das ein Buch und geben Sie den Lesern auch die Möglichkeit, wirklich auch zu lernen, wie man sich eigentlich eine Bilanz anschauen muss? Ja, aber natürlich nicht komplett. Dazu müsste man dann ein Lehrbuch in Bilanzanalyse anschauen. Also ich habe zehn Jahre lang an der Hochschule Worms und dann an der Universität Graz das Seminar gemacht, Quantitative und Qualitative Unternehmensanalyse und Diagnose. Und ich war dann auch Professor für Quantitative und Qualitative Unternehmensanalyse und Diagnose an der Karl-Franzens-Universität Graz. So der komplette Titel. Sprich, da geht auch meine Erfahrung als Professor hinein. Also ich bin ja seit einigen Jahren ausgeschieden aus dem Beamtenverhältnis. Ich bin nur noch Unternehmer, nur noch Investor, nur noch Fondsmanager. Aber natürlich habe ich das Thema lange gelehrt. Ich habe versucht, es sehr verständlich, sehr einfach zu machen, viele Storys einzustreuen. Aber natürlich erkläre ich auch, wie man die wichtigsten Zahlen sich anschaut und das anhand von konkreten Beispielen und auch Bewertungsbeispielen. Also es sind viele Übungsaufgaben im Buch, aber es liest sich locker. Es ist kein Übungs- und Lehrbuch, sondern es ist schon ein Buch, womit man arbeiten kann, was man aber auch durchlesen kann. Aber wenn ich Ihr Buch gelesen habe, bin ich dann auch in der Lage, zumindest eine Bilanz eines Unternehmens grob beurteilen zu können? Ja, die Bilanz und dazu gibt es natürlich. Bilanz ist ja in der gängigen Terminologie oder in der Umgangssprache, meint man ja damit unter Umständen den gesamten Jahresabschluss. Der besteht ja aus drei Teilen. Also Bilanz gibt eine Vermögenssituation wieder, dann gibt es die Gewinn- und Verlustrechnung, es gibt die Cashflow-Rechnung. Diese drei Teile des Jahresabschlusses, die sollte man sich anschauen können und zumindest im Groben beurteilen können. Das gehört dazu. Ich meine, Sie müssen auch, wenn Sie Musik machen, die meisten lesen dann auch Noten. Die wenigsten spielen Klavier so oder Gitarre oder was auch immer. Also Notenlesen gehört zum Geschäft und wenn Sie investieren wollen, ist auch das wichtig. Aber Sie können auch ganz einfach anfangen. Also stellen Sie sich vor, welche Unternehmen sind in zehn Jahren noch da und machen noch gute Geschiffte. Wenn Sie diesen Filter, es geht um verschiedene Filter, die man anlegt, wenn Sie diesen Filter anlegen und sonst nichts davon verstehen und sich das überlegen, dann sind Sie so schlecht nicht unterwegs. Das wäre gar keine schlechte Investmentstrategie. Und diese Filter sind eben wichtig, um schlechter auszuscheiden. Buffett hat mal gesagt, never compromise on business quality, also nie bei der Qualität des Geschäftsmodells Kompromisse eingehen. Und Charlie Munger, und den zitiere ich auch, hat gesagt, sein wichtigstes Analyseinstrument ist der Papierkorb. Also wenn er was nicht in 15, 20 Minuten versteht und das nicht gut findet, wandert das in den Papierkorb. Es gibt Zehntausende von Aktien. Man sollte sich wirklich auf das konzentrieren, was hohe Qualität ist und was man selber auch verstehen kann. Ja, Ihr Papierkorb, Herr Otto, scheint ja sehr, sehr groß zu sein. Zumindest sind da wohl derzeit alle DAX-Konzerne drin. Sie haben gesagt, bei dem Kollegen Mario Lochner darf man ja mal erwähnen. Eines ist sicher, Deutschland, vergessen Sie es, vergessen Sie die DAX-Konzerne. Ich meine, ist denn Ihre Königsanalyse so ausgelegt, dass Sie, wenn man sie anwendet, eigentlich sagen kann, alle DAX 40 ganz zu vergessen? Das hat was damit zu tun, jetzt sind wir in der politischen Ökonomie, ich frage ja auch politische Bücher, dass Deutschland eben seine Konzerne nie geschützt hat. Frankreich macht das, England macht das, die USA sowieso, China macht das, Russland macht das. Wir haben uns auf diesen Mythos des komplett freien Weltmarktes da fokussiert bzw. kapriziert. Und natürlich brauchen große Unternehmen auch die politische Unterstützung ihres Heimatlandes. So kommt es ja, dass DAX-Konzerne die größten Aktionäre sind BlackRock. Bei den meisten DAX-Konzernen mittlerweile, es gibt schon vier, fünf, die man sich anschauen kann. Man könnte auch in mehr investieren. Ich habe einen Kollegen, der ist Fondsmanager, der ist seit 30 Jahren Spezialist für deutsche Aktien. Der hat die letzten Jahre nicht allzu viel Spaß gehabt, obwohl es da auch gute gibt. Wenn wir in Deutschland investieren, da komme ich gleich drauf. Also DAX machen wir deswegen nicht, weil es eben viel Gegenwind gibt, weil viel Wettbewerb da ist, weil die Wettbewerber, die internationalen, politisch gestützt werden von ihren jeweiligen Regierungen, während unsere Konzerne dann eher noch einen draufbekommen, wie die Autokonzerne. Aber Herr Otte, wenn Sie sagen, die Königsanalyse sozusagen, die geht ja auch auf den Substanzfeld eines Unternehmens ein. Welche Rolle spielen denn jetzt politische Kriterien? Die hatten Sie jetzt bislang bei der Königsanalyse ja gar nicht erwähnt. Das ist richtig. Also wir haben ja drei Teile der Königsanalyse. Das erste ist Geschäftsmodell. Das ist mal das Wichtigste, das sind 40 Punkte. Das zweite ist das Management, das sind 30 Punkte. Und das dritte ist die Bilanz und das Kapitalmanagement, also die Finanzsituation, das sind nochmal 30 Punkte. Und beim Geschäftsmodell, wenn ich mir überlege, es gibt dauerhaft Gegenwind durch internationale Konkurrenz, dann würde das quasi über die Komponente Geschäftsmodell in die Bewertung mit einfließen. Dass also da Wettbewerbsnachteile sind. Ganz wichtig natürlich dauerhafte Wettbewerbsvorteile oder eine dauerhaft gute Marktposition. Und wenn Sie da die Autobauer nehmen, dann sieht es mit der Zukunft sehr durchwachsen aus. Sie können, und ich habe das auch im Buch erklärt, Sie konnten mit der Mercedes-Aktie richtig viel Geld verdienen in den letzten Jahren, auch mit meiner Methode, aber das ist dann eher was für Kurzfrist- oder Mittelfristanleger, weil das eben, Mercedes ist keine Aktie für die Langfristanlage. Also da muss man dann schon aktiver dranbleiben, auch sich die Bewertung genauer anschauen. Sie können auch mit den anderen DAX-Konzernen Geld verdienen, aber dann muss man wirklich eiskalt zuschnappen, wenn gerade mal ein Kurs Einbruch ist und dann tatsächlich da auch in einer gewissen Trading Range bleiben. Und dann langfristig würde ich tatsächlich von fast allen DAX-Konzernen Abstand halten. Sie widmen auch fast 40 Seiten in Ihrem Buch, darauf möchte ich gerne jetzt noch unbedingt zu sprechen kommen, dem richtigen Zeitpunkt, also wann kaufen, wann verkaufen. Gibt es da denn, ich sage mal, so eine goldene Formel, nach der man vorgehen kann, um den richtigen Zeitpunkt zu finden? Denn daran scheitert es ja oft. Na ja gut, jeder hat da seine eigene Methode. Und ich habe versucht, eine einfache, aber belastbare Methode zu entwickeln. Die habe ich auch dann an den historischen Daten begründet und dargelegt. Und wir unterscheiden bei der Bewertung von Unternehmen zwischen Qualitätsunternehmen, also Königsunternehmen, die 70 Punkte oder mehr haben, die man langfristig halten sollte, und Zyklikern, wie eben zum Beispiel einem Mercedes, die man dann auch eher traden sollte. Wobei Traden bei uns auch heißt, man hält das Unternehmen ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre, je nachdem, wie es sich dann entwickelt. Und kaufen ist immer einfacher als verkaufen. Eine gute Idee haben, also kaufen, das ist einfach. Sie können Qualitätsunternehmen eben auch dann kaufen, wenn sie fair bewertet sind. Weil sie wissen, dass dieses Unternehmen seinen Weg gehen wird und ihnen langfristig zumindest Renditen 7, 8, 9, 10 Prozent abliefern wird. Sie können Qualitätsunternehmen sogar kaufen, wenn sie leicht überbewertet sind. Sie können sie nicht kaufen, wenn sie deutlich überbewertet sind oder im orangenen Bereich sind. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Microsoft. Microsoft ist mittlerweile orange. Also die sind recht teuer wieder, knapp unter 40 im KGV. Das ist schon viel. Wir haben Microsoft in den Fonds, aber wir verkaufen es nicht, weil es eine Langfristanlage ist, sind da gut im Plus. Aber kaufen würde ich die Aktie jetzt nicht. Das ist also etwas teuer. Es gibt andere Qualitätsunternehmen, die man sich anschauen kann. Alphabet zum Beispiel ist durchaus in der Bewertungsrange, wo man rangehen kann. Und wenn man sowas einmal hat, dann behält man es. Man verkauft es mit eigenem Risiko. Ich darf da an meine Amazon-Position, die ich im Herbst 1998 hatte, erinnern. Oder ich darf das als Beispiel aufführen. Und ich hatte damals 80.000 Dollar in der Aktie. Und das war für mich als jungen Professor viel Geld. Und nach 100 Prozent habe ich das Ding verkauft. Das war ein Fehler. Heute wären es dann drei Millionen. Also das ist dann so eine Sache. Also Qualitätsunternehmen verkauft man auf eigenes Risiko. Während wenn man mit einem eher zyklischen Unternehmen, und ich beschreibe das auch im Buch, also Unternehmen mittlerer Qualität, wenn man da einsteigt, dann sollte man auch mal verkaufen, wenn Gewinne da sind. Stichwort kaufen, auch Ihr Buch. Mittlerweile ist es in den Bestsellerlisten ja schon gut positioniert. Der Titel Es ist nicht zu übersehen. Endlich mit Aktien Geld verdienen. Mit der Königsanalyse die besten Unternehmen finden. Und gesprochen habe ich darüber mit dem Bestseller-Autor Prof. Dr. Max Otte. Vielen Dank für dieses Gespräch, Otte. Sehr gerne. Es ist der 14. Bestseller. Mal gucken, wie viele noch kommen. Das ist der 14. Bestsellerlisten. ц